Mir wurde gerade zugetragen, dass die Nachrichtenagentur dpa eine Meldung verbreitet zur Minute, wonach das Eisenbahnbundesamt am Mittwoch der Bahn die Erlaubnis zustellen wird, im mittleren Schlossgarten Bäume zu fällen. Und das, wie bereits erwähnt, obwohl der BUND bis morgen Zeit zu einer Stellungnahme hätte. Ich glaube, wir können uns darauf gefasst machen, worauf wir uns einzustellen haben in den nächsten Tagen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz durchsagen, eine Ansage der Blockadegruppe, die morgen am Dienstag, dem 24. um 6 Uhr, in der Frühe natürlich, sich am Bauzaun des Grundwassermanagements zum Frühstück trifft und auf viele Mitfrühstücker hofft. Außerdem muss ich noch ganz kurz durchgeben, dass die Stuttgarter Erklärung zur Fortführung des Widerstands gegen Stuttgart 21 nun auch im Internet zu finden, ist unter stuttgarter-erklärung mit ae.de. Unterschriftenlisten gibt es auch am Partschützerstand und an der Mahnwache. Wir brauchen noch viele Unterschriften, bitte zeichnet fleißig mit. Und ein letzter Hinweis noch, die Versorger, das hatte ich vorher vergessen, bedanken sich ganz herzlich für alle Spenden, die sie erhalten haben und wünschen sich noch, wenn jemand Sachspenden machen möchte, Pulverkaffee, Kekse und Salzgebäck. Bevor wir jetzt gleich mit Musik von Lokomotive Stuttgart unseren Demozug zum Rathaus antreten, möchte ich noch kurz auf die nächste Montagsdemo am kommenden Montag, dem 30. Januar, hinweisen. Wieder hier am Südflügel. Und an die Kundgebung wird sich ein Demozug zum Kernerplatz anschließen, wo wir dem Umweltministerium als oberster Wasserbehörde und dem Herrn Ministeruntersteller von den Grünen einen Besuch abstatten werden. Jetzt geht es gleich los mit unserer heutigen Demo zum Rathaus. Wie bereits erwähnt, findet dort ab 19.30 Uhr eine Veranstaltung unter dem Motto Stuttgart 21 in der Krise statt. Ich möchte offiziell darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung hier bei Ankunft auf dem Marktplatz um 19.05 Uhr offiziell beendet ist. Wir hören jetzt noch mal mit einem Lied das Parkorchestra Compagnia Sackbahnhof und ansonsten oben bleiben. Wir sehen uns im Park und am Südflügel. Drei, zwei, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Musik 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 Es wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Kundgebung hier jetzt offiziell beenden muss und wir ziehen jetzt zum Rathaus. Der Demo-Zug endet dort um 19.05 Uhr. Danke. Musik 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 Musik